Jesper Fellart wechselt vom SV Sandhausen zum SV Waldhof Mannheim ablösefrei in die 3. Liga. Ebenfalls ablösefrei wechselt Benjamin Upphoff vom Karlsruher Sportclub zum SC Freiburg. Der Torhüter stand drei Jahre lang im Tor des KSC. RB Leipzig trennt sich vom jungen Mats Bittstrupp. Er wechselt nach zweieinhalb Jahren bei RB Leipzig zur zweiten Mannschaft vom FC Brentford. Die Ablösesumme steht noch nicht konkret fest. Der Grieche Konstantinos Mavropanos ist 22 Jahre alt und wechselt jetzt auf Leihbasis zum VfB Stuttgart. Ausgeliehen wird er vom FC Arsenal. Zuvor war er beim 1. FC Nürnberg aktiv. Marcel Hilsner war letzte Saison an den Halleschen FC ausgeliehen vom SC Paderborn. Die Paderborner haben aber auch weiterhin für ihn keine Verwendung. Er wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger Coventry City. Der 1. FC Nürnberg hat Noel Knoter einen Profi-Vertrag angeboten. Der 21-Jährige, der bislang nur in der U21 zum Einsatz gekommen ist, hat diesen angenommen und unterschreibt jetzt einen Profi-Vertrag beim 1. FC Nürnberg. Der 17-Jährige Jude Bellingham wechselt von Birmingham City zum BVB und er wird um die 25 Millionen Euro kosten. Der 18-Jährige Jude Bellingham wechselt von Birmingham City zum BVB Stuttgart. Der 18-Jährige Jude Bellingham wechselt von Birmingham City zum BVB Stuttgart. Vielen Dank.